Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, ich will es kurz und fettlos machen. Okay, ihr habt bestimmt meinen Kanal-Trailer gesehen und ab 1 Minute 23 sieht man, also das ist heute wieder der Leak-Tag, ja. Und wenn das Video wahrscheinlich rauskommt, ist das Video eh raus, also bringt das eigentlich nicht so, scheiß drauf. Also, äh, ja, ich muss trotzdem heute eigentlich rausbringen, da gibt es das ganze Video, kein Sinn. Auf jeden Fall, ab 1 Minute 23 fällt euch auf, dass dort ein Video ist, das noch nicht draußen ist. Das kommt nämlich erst morgen um, keine Ahnung, war ein Haus. Und ja, ähm, das ist bestimmt nicht jedem aufgefallen. Und ja, ähm, ich wollte euch das mal so erwähnt haben, ähm, und vielleicht, wenn man schon den Titel sieht, sorry Leute, ähm, ja, ich könnte das was Schlimmes bedeuten, kann aber auch was Gutes bedeuten, das weiß man nicht. Ich wollte euch nur sagen, und ihr wisst, ich sag fast alles, oder die meisten Details zu einem Video, beim Liebtag. Ciao, ciao. Und bitte abonniert mich und liked mich, weil ich hab zu wenig Abonnenten. Und hab 10 Mal Abonnenten, mach ich auch Face Reveal. Auf welcher Seite schon 10 Mal gemacht hab. Egal, ich weiß drauf. Äh, zum Schluss war es noch ein Livestream, wie den ich eh keine Ahnung schaue. What the fuck? Und dann, ich weiß drauf.